holzramen machen nein das was ich hier Vielen Dank. Hm, dann gucken wir, wie wir das hier machen. Oh, das wird jetzt übel. Ich mach das mit dem Aufwerten an der Seite, wie du siehst, oder wenn du mich sehen kannst. Hier bei der Mauer? Hm. Diese Riesenmauer, die ich habe auch in dem Haus. Ach, da bist du. Ah, du Scheiß, da ist es. Hammer. War ja jemand bei mir? Deine Ahnung. Kannst du so baumfallen hören? Verdammt. Der Bär kommt auf dich zu. Der ist hinter dem Stein. Oder warte mal, ne, das ist ein Schwein. Schwein, Bär, Alter, greife. Mann, Bär, Schwein. Honig. Oh, hihihi. Wolltest du den Bär jetzt töten gehen? Ja, dachte ich. Ja, dann komm ich jetzt doch mit. Ich brauche nur kurz hier die Holger. Kann man den mit der schrumpflende Platt machen? Hm, ein paar Schüssen vielleicht, ne? Ich komme mit dem Bogen mit bei, also Sollen wir den alle zusammenklappen, man? Ich habe leider keine Waffe Ich muss mal kurz die Pflanzen zu Ende pflanzen und dann noch mal, guck mal, guck mal, wie er umgeht 7 6 Toll, auf der anderen Seite auch noch So, jetzt gehen wir den Bär suchen 1, 2 Ok, zwei Seiten noch, dann habe ich die Außendinger fertig Habe ich das hier korrigiert Ich muss kurz auf die Karte gucken Äh, müsste theoretisch in die Richtung sein, ja So, hier war das, hier habe ich ihn irgendwo gesehen Wollen wir mal gucken, wo Boah, stehe ich hier auf dem kleinen Turm Boah, ist das hoch Müssen wir auch Ach du Scheiße, ja Ich muss das hier oben reservieren Boah, geh ich jetzt schnell runter, guck dir das mal an, bitte Warte, jetzt Oh shit, ja Geil War gut aus Das sah mit dem Fall krass aus, ne Ja, du bist so gut Eher schwebend runter gegangen, als zu gehen Das ist jetzt schon Jetzt wächst der Turm wieder Der hin? Der kommt jetzt gleich hinter dir und Klopft dir auf die Schultern zur Tür Nee, sind ja hier nebeneinander laufen Parallel Deswegen der muss vor uns auftauchen Ich glaube, der ist weggesporn So, jetzt glaube ich noch ein Ding irgendwo, dann habe ich das aus, glaube ich, der war mir noch wieder Ne, doch nicht Also hier ist fertig So Da gehe ich mal zum Haus zurück, ne Ja Ja, das ist halt dann weg zu sein Aber auf jeden Fall sind ja noch jede Menge Bäume, ne Also Holz einfach genug So 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 Schau, geht doch besser durch. Ich bin froh, dass das ja nicht mehr alle zwei Sekunden lag, wie das mal früher war. Sei froh, Medulla, dass du das nicht mehr mitgekriegt hast. Ja, hab schon gehört. War heftig gewesen sein. Ja, vor allem, wenn du dann irgendwo gegangen bist, hat das dann nachgezogen, dann bist du irgendwo runtergefallen. Weil der bestimmt nachgezogen hat. Wär ja beim Turmbau gestern ideal gewesen. Ja, der ist bestimmt 30.000 Mal gestorben. Hätte bestimmt nur Trophäe gekriegt. Krass, was ist das für eine Mega-Mauer hier? Alexandria oder was? Ist noch nicht fertig. The Kingdom, mein Freund. The Kingdom. The Kingdom. Müssen wir auch noch einen Tiger besorgen. Schnappen wir uns den Bären. Ja genau, gestier den an so einer Leine. Natürlich. Was dachtest du denn? Draft-like-Machines. Ach cool, haben wir jetzt eine Eingangstür hier. Geil. Kommt zu euch. Ich bin voll. Cool. Ab draußen am Haus jetzt übrigens alles korrigiert, was ich vergessen hatte. Geil. Was denn? Ich meine, ich habe jetzt auch alles fertig am Haus. Ja, hab alles fertig. Dann komme ich jetzt runter und fange an, die Blöcke unten alle zu aufzuwerten. Bei mir noch nicht alle. Soll ich nicht die Außenmauer machen? Ich bin was am bauen hier noch, deswegen... Diese ganz, ganz große, lange Stücke hier. Kann ich das nicht komplett schon aufwerten? Weil ich dann noch Verbindungsstücke machen, wie du hier siehst, wo ich hier gerade bin. Wo ich hier drauf bin. Ja, kann ich die denn hier schon machen? Du kannst diese Verbindungsstücke alle machen, ja. Diese ganzen... Ab hier so. Überall diese ganzen Verbindungsstücke kannst du machen. Überall die... Nicht die Außenmauer bisher, nur die Verbindungsstücke alle. Überall, die gehen ja... Ja, die sind überall an allen vier Ecken. Pass nur, ob das nicht runterfällt, weil das ist ziemlich hoch an manchen Stellen. Hier geht es noch, aber hinten an den anderen Ecken ist es mega hoch. Ey, wenn der Medulla von unserem Hochhaus runterfällt und der sich nur ein Bein bringt... Ja, ich bin einmal von zwei Glöcken runtergefallen und hab mir ein Bein gebrochen. Also der hat einfach nur Glück gehabt beim Fallen wahrscheinlich. Wie war das, ne? Der war bestimmt betrunken, nur Kinder und Betrunkene verletzen sich nicht. Genau. Weil ich muss nämlich auch noch eine Verbindung drüber bauen, zu der Außenmauer. Das heißt, du müsstest gleich sowieso noch mal... Also, das dauert jetzt sowieso erst mal ein bisschen. Ich tue Holz in die Kiste, ne? Ja. Das ist jede Menge. Ja, wir brauchen jetzt auch jede Menge, weil ich muss erstmal jetzt eine Planung machen. Ah... Sind wir auch ein paar tausend. Kannst du mal versuchen, da die Straße da wegzumachen. Ähm... Ich hatte die erste Etage, ne? Also, die erste Wohnetage... Die erste Wohnetage... Die erste Wohnetage... Die dritte, ne? Die dritte, ne? Das kommt auch anfang, wo du auszählst. Guck mal eben hier, wo ich stehe... Nein, eine darunter wäre da eine, glaube ich. Eine darunter? Ja. Ja, genau. Die ab der dritten quasi, wenn du unten anfängst zu zählen... Im Deutschen die zweite Etage. Kann ich so schwierig sagen. Ja, genau. Gut, dann nehme ich die. Erdgeschoss nicht. Und dann die zweite, die erste Etage auch nicht. Dann lege ich hier direkt mein Schlafsack hin, weil ich hab drüben keinen mehr liegen. Warum auch immer. Okay. Nein, ich war's nicht. Du hast ihn kaputt gemacht. Gib's zu. Ja, hab ich. Und jetzt? Ach, willst du zu? Hm. Keine Ahnung. Werde ich sonst da sehen. Überleg mal was feines. Vielleicht mach ich einfach dein kaputt. Kann ich mir einfach meinen. Ja, dann starten wir gleich hier mit nem Friedhof. Hier liegt die Leiche von Astra. Ich will den mit dem Medulla so noch am Chips essen. Oder ist er einfach nur leise konzentriert am Haaren. Ach, da ist er ja. Ha 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 ha. Ärgerlich. Komm, redest du von dem? Hört mal direkt mal das leckere Crunch. Und? Wie viele Tüte hatte ich schon? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Raaay. Raaay. wo ich arbeite wie ruhig vorstehen ja was hast du erwartet 3 4 5 6 7 meter hoch sieben blöcke wird noch höher weil einstellen dass das einige stellen ist das schräg von einer verwaltung kommt wenn der hochachter leiter das wird nachher noch geändert da bin ich gerade bei der planung da wird noch einen weg nach außen gemacht für die wir denken für darf ich nachher darf ich dann nachher bergab tragen die den inneren ring wieder zu begradigen vom boden brauchst du nicht nicht mehr brauchen wir zu schräg lassen ja ja wenn das bestätigt das muss ich dir vorwärts zu bauen und da bin ich dabei funktioniert das aussieht funktioniert dann super wenn ich dann erst mal die komischen dinger bauen ach ich hab kein holz da hast du genug müssen wir aber noch mal so eine axtbau meines kaputt gegangen ach ja du siehst die menge warum da kann er schon mal kaputt gehen kann schon mal sein ja ich denke dass man die trobe rein die axt braucht ja noch eine ich brauche gleich noch mal eine ich brauche gleich noch mal eine ich brauche gleich noch mal eine aber wenn man es ausprobieren ich zerleg die alte von mir dann gibt es wenigstens wieder eisen was du zerlegst eine alte? genau ich zerleg meine alte genau ich zerleg meine alte gut dass ich jetzt aufgenommen habe und meiner frau geschickt habe so ich geh wieder auf den zacken so ich geh wieder auf den zacken ich geh immer der redneck hehehehe hey da, hey mate ich muss mal irgendwie was hier finden was ich da dran bauen kann ich muss mal irgendwie was hier finden was ich da dran bauen kann das machen wir über das machen wir über dann brauche ich hier noch einer das wäre ja dann so mein gott ey manchmal hat er hier der kommt ja da einfach nicht hoch das kann nicht wahr sein so hm hm der weg würde ich reichen ja müsste es hier noch 1 hm 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 w w w w ... ... ... ... ... ich höre ein zombie hier hier sind voll viele wo denn die kommen mir gerade alle auf die mauer zu wir müssen raus wir können die nicht durch die mauer jagen die dürfen nicht durch die mauer wir dürfen nicht an die mauer ran wir müssen hier weg dass die weg kommen von der mauer die ist nämlich nicht fertig springt raus kämpft draußen gegen die finde ich ja da habe ich geschlagen mit auch schon wieder geschlagen schon wieder gegen gelebt vor hilfe ich bin ganz gleich tot scheiße ich bin gelebt und vergiftet wie kann ich die vergiftung aufheben wo bist du mann hier draußen ja du brauchst medizin dafür was für eine medizin antibiotika einfach ich glaube schon ich lebe noch ja aber ich bin vergiftet oder was auch immer hinter dem zombie ich habe keinen mit weiter nein gelebt was ist denn hier los boah von hinten fuck boah gelebt griecher boah die wichser wer kommen die griecher hier noch ab 10 haben wir alle mein gott der steht wieder auf der steht wieder auf krass das war ja ich habe noch keinen eingang hier das heißt ich habe die türme noch nicht gebaut ich war gerade dabei den ersten turm da fertig zu bauen aber ich komme ja nicht dazu zum glück sind wir so viele leute alleine wäre das hammer überleg mal war doch voll geil jetzt bist du immer noch vergiftet ja ich brauche also das heißt vergiftet ja ich habe diese komische dinge zerpäusen kram ich brauche ich habe nur an so ein medizin weg was das hier verbandskarte das müsste eigentlich auch helfen verbandskarte ja was hilft das ja das ist ein allrounder meine ich sicher ok ja lege ich dir drinnen in die kist damit er nicht verloren geht ja 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 ja